Die Komfortzone und die Bequemlichkeit, die soll man besser in die Mülltonne werfen. St. Pauli hat keinen Ausnahmespieler. Man kann nicht Erwartungen schaffen und die Realität ist weit entfernt. 70% dieses Kaders ist nicht in der Lage, um 10, 15 Spiele in die Liga zu machen. Und ich kann noch tiefer gehen, aber das tue ich nicht, weil dann muss ich nämlich persönlich werden. Und das möchte ich nicht. Ich sage Sie, und das ist vielleicht hart, wenn ich jetzt sage, aber ich halte kein Blatt von meinem Mund. Meine Erfahrung aus den letzten sechs Wochen, aus den fünf Wochen, ist, dass bei St. Pauli zu viel Bequemlichkeit, zu viel in die Komfortzone gearbeitet ist und zu viel mit Freunden zu sein voneinander. Das sind für mich drei Aspekte, die für mich überhaupt nicht akzeptabel sind. Die Komfortzone und die Bequemlichkeit, die soll man besser in die Mülltonne werfen und man soll die Bereitschaft haben und die Leistungsenergie zeigen, tagtäglich neu. Und das gilt in allen Bereichen. Bei St. Pauli. Und ich kann noch tiefer gehen, aber das tue ich nicht, weil dann muss ich nämlich persönlich werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das Große und Ganze erklären. Wenn wirklich wieder so viele Ausfälle zu beklagen sind, dann kann es so mal sein, dass St. Pauli wieder auch mal ein Jahr erlebt, wo man gegen den Abstieg spielen muss. Weil die zwölf Mannschaften, die haben keine Ausnahmespieler. St. Pauli hat keinen Ausnahmespieler. Und ich weiß gut, wie ich gekommen bin. Da habe ich auch gesagt, hatte ich einen Traum, um innerhalb von zwei Jahren mit St. Pauli aufzusteigen. Ist es für St. Pauli unmöglich, um bei den ersten vier zu stehen. In diesem Jahr, das sage ich ganz deutlich. Und wir haben nicht die Möglichkeiten, um einfach mal irgendwo anzurufen. Und wir wollen Spieler Y, weil wir den gerne haben. So wirkt das nicht für St. Pauli. Man sieht auch die letzten zwei Neuzugänge. Das sind ja auch keine Einkäufe. Das sind zwei Spieler, die wir ausgeliehen. Das sagt auch alles, wie unsere finanzielle Lage ist. Ein Klub wie St. Pauli kann ich bis zum Schluss warten, bis sie Veränderungen vornehmen. Und die letzten sechs Wochen, dass ich hier kam, habe ich ja die interne Situation kennengelernt. Und ich habe auch ein paar Minuten vorher gesagt, dass der ganze Klub in der Professionalisierung eine höhere Bereitschaft und eine höhere Intensität am Tag muss liegen. Und das gilt in allen Bereichen. Ob das die Scouting-Abteilung ist, ob das das NRZ ist, ob das der Profibereich ist. Man kann nicht Erwartungen schöpfen und die Realität ist weit entfernt von dem, wie man sich nach außen äußert und was man vielleicht dafür letztendlich einsetzt. Aber diesen Kader gibt die Erwartungshaltung nicht her. Allein schon aus dem Grund, dass wir viel zu viele Spiele haben, die nicht in der Lage sind, körperlich gesehen, um 34 Fußballspiele zu machen in der zweiten Liga. Es ist ja, so wie es die letzten zwei, drei Jahre war, ist es ja unmöglich, um Erwartungen oder um Ziele am Ende zu erreichen, wenn 70 Prozent des Kaders nicht in der Lage ist, um mehr als 15 Spiele zu machen. Dann muss man sich mal an den Kopf greifen, warum man dann Ziele ausspricht und Erwartungshaltung geschäft, wenn man ständig den Kader auswechseln muss, von Spieltag zu Spieltag. Mit nicht ein oder zwei Ausfällen. Es sind ja am Ende waren es 14 Ausfälle. Und das ist doch nicht zu viel gefragt. Wenn man zehn Spiele schafft, dass die mehr als 25 Spiele machen, dann kann man vielleicht mal sagen, man hat schon mal ein Gerüst. Aber wir haben kein Gerüst.